Musik Klimaschutz und Energiewende, die Herausforderung in unserer Zeit. Deswegen ist der European Green Deal auch so ein wichtiges Projekt auf europäischer Ebene, nämlich bis 2050 Klimaneutralität in Europa. Wir unterstützen das vom Freistaat Bayern, aber begleiten das auch durchaus kritisch, weil es betrifft alle unsere Bürger. Es trifft auch die kommunale Ebene. Deswegen der Austausch auch mit den Kommunen heute in unserer Dialogreihe. Und das war so enorm wichtig, weil es gibt so tolle Projekte bereits in Bayern, die wir gerne auch weiter unterstützen. Dafür braucht es aber auch Finanzierung von der europäischen Ebene und die Flexibilität vor Ort, es auch umsetzen zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017